Na Süßi, geht's dir gut? Putzt du dich ein bisschen, ne? Wenn es so warm ist, dann kommst du hier gerne aufs Bett. In diesem Zimmer scheint nämlich nachmittags die Sonne nicht mehr so. Auf dem Laken ist es sowieso etwas kühler. Ja, wenn der Papa dann auch noch da ist und er irgendwas an seinem Handy macht, ne? Da hat man noch gute Gesellschaft. Ich hoffe, es ist gute Gesellschaft. Ja, aber gleich gehen wir trotzdem mal raus und die schöne Sonne genießen. Das wäre schade drum. Wir sind ja keine Stubenhocker, ne? Wir sind ja keine Stubenhocker, ne? Sisi? Ja. Ja, ja. So laufen die Nachmittage hier manchmal ab. Ja, dann grüßen wir euch alle ganz lieb. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch einen schönen Nachmittag mit euren Tieren. Vor allem mit euren Katzen. Und natürlich auch mit den Hunden, Pferden, Schweinies, alles was man so haben kann. Ja. Ne? Und viele liebe Grüße von mir und Sisi. Ja. Na? Än? Ja.